Ok Leute, haltet ihr dich! Zurück sind wir bei Malabricks! Oh, ich hab da wo geflogen! Der hat alles schon her! Der winterliche Urwaldkäfer! Geht damit! Dem Viecherzeug werden wir schon hergehen! Irgendwann! Wohin, Doktor! Dein frottigen Zorn beschwören! Sehr gut, das ist sehr schön! Sehr gut! Danke für Ihre Seite! Ja, so gehen wir! Die Hunde tiefe durch! Was sagt er? Ja! Okay! Vielleicht war das ein bisschen zu viel Mayhem! Kim! Oh Mann! Ich dachte, du hattest dich! Oh! Wollte dich zu schmerzen? Nicht zu schmerzen! Hm! Baby! Ich komme! Oh! Über die Brücke! Halt ich mich aus schon, oder? Pass auf! Da haben wir Erfahrungspunkte! Ein bisschen was geht! Wie schaut das da drin? Zehntausend! Ja gut! Da hat er ein bisschen! Ja gut! Da hat er ein bisschen! Mehr Dämon-Priester! Ein dämonischer Priester! Ein Schweine-Priester! Das ist ein guten Brunzer! Geht nur hier! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ich hab mich noch mit mir öfter zu sehen! Aber ich habe auch noch mit! Also habe ich noch mit mir! Du hast ihn gesagt! Hat er mir geht? Aber ich habe mir zu sehen! Was kann sagen? Ja gut! Sie sind hier? Das ist richtig. Pass auf, die hat dich verabschiedet. Wo ist dein Bruder? Da ist er. Na ja, nicht da vorne. Warte, muss auf die Huppen. Dann werde ich zurück zu dir, ok? Ja, all right. Keep me posted. Erfahrungspunkte? Nein, nur gut. Dumpf you up. Ja, ja, der den Mund rüßt er hat. Nein. Er wird bei das Limmere Schwamm machen. Erfahrung? Aha. Da geht er her. Warte mal. Da geht das. Da musst du nicht groß oben plagen, geh. Ah ja, du schweinischer Priester. Wie schaut denn aus? Okay, Buben. Etwas Energie. Und dann schwinge mich in die Richtung. Oh Gott. Ja man, wie schaut denn aus? Was? Vielleicht sollte das? Druckschleidern, ha? Oh. Warte, grüße. Sie müssen es rutschicken. Wie schaut denn aus? Was hast du noch was? The sacred warrior cannot be stopped. Oh. Kommt ja persönlich. Der Meister. Hallo Bleibmann. Oh. Hat uns ja brüttelt. Er liegt da mindestens. Achso. Äh, noch einer. Er kennt ja allerdings... Noch ein bisschen Energie verdrungen. Bevor es mich umhaut. Okay Mann. Ja. Pau, Lilo. So, da machen wir. Jetzt kommt der Bolten. Brei ich auch nicht. Dann läuft er fort. Aber. Das landet noch nicht nur. Schönen Ficks. Der Priester. Schluss damit. Scheiße. Modell fertig. Er hätte einfach um wollen. Ja Mann. Wie schaut denn aus? Warte ich nicht weg. Wenn ich geh. Du so meinst. Ich hab nicht da raus. Du. Du bist wieder. Du bist wieder. Scheiße. Der kann zu raum von vorn. Er ist mir ehrlich gesagt extra recht geh. Aber. Helft nicht. Er weiß nicht wie wir sonst geh. Pass auf. Ich bin schwör da oben. So einen guten Brunzer. Na ja. Am klüften sind die Kleinen. Wie meistens. Ich bin sicher. Auf geht's. Ich bin weiß. Ja, du darfst dich mit den Kleinen gar nicht so beschäftigen, gell? Da ist er hin. Scheiße, nur einen dritten. Bin ich grad dicht. Ja, die Plagegeister reißen nicht ab. Im Gegenteil, sie werden noch mehr. Ja, der ist gut. Das ist blöd, ich hab mich nicht mehr drauf konzentrieren zum... ...Habwehren. Hüttert. Ja, Mann, wie schaut denn aus? Der ist noch da, gell? Das ist das Hirn. ... ... Hallo, Poppenheimer. Der beschwert da und der schlug ihn. Vorsicht, Energie! Wobei... Der Wirbner! Und take that tree stump with you to hell! Ja, Buben. Bissi lästig, aber ich hab's, oder? Wobei... Der schlug ihn noch. Ja gut, wir haben's. Gott sei Dank. Pass auf! So, weg, du! So, bevor noch mehr so Berichte kämen. Hier, ha! Seine Schaugeschichten. Wo die Götter ruhen. Ja, wo die Ruhen möcht ich nicht sein. Ehrlich gesagt. Oh, schau, das ist ja. Ein Mordpalast. Ja ja, und da möchte einige. Und zwar scheinbar über Umwege. Oh Gott! Ja, pass auf. Ein Rätsel. Was passiert denn da? Oh! Steppin' on these, moves their box. I got it. Marlo, do you read me? Loud and clear. I think Long might be on to me. He's not responding to my comm requests anymore. Shit. Any ideas? I know where he's headed next. I'm honored to decide and see what's up. We might still have a shot at him. Copy that. Over. Ja, go die Frau. Ich bin beschäftigt. Ja, Mann. Da kann ich mich rumschwingen. Aber warum? Das bringt mir gar nichts. Der ist auch so feste Tanz. Hey, muss an die Kissen gehen, okay? Achso, das war der Trick. Pass auf, jetzt habe ich die Kisten. Aber, wo bin ich damit? Achso, warte mal. Ich möchte da rauf. Die möchte doch bestimmt, dass ich da rauf bin. Achso, warte mal. Ich möchte da rauf. Da rauf genommen, oder? Da beißt die ganz gut her. Leg das.